Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Inside zu den aktuellen S04 News. Vor den letzten beiden Spielen haben wir hier mal eine erste Elf gebastelt. Wie denn Schalke ins Spiel rein starten könnte, das war teilweise sogar relativ treffend. Deswegen gibt es das auch heute wieder. Denn am Sonntag um 13.30 Uhr empfängt Schalke 04 Darmstadt 98. Vorhin war auch schon die Pressekonferenz. Deswegen ist klar, dass natürlich die Langzeitverletzten Michael Langer sowie Salif Sané noch keine Rolle spielen. Oder erstmal keine Rolle spielen, das bleibt auch so. Und zudem fällt Dries Wauters aus. Aber ansonsten kann Trainer Gramozzi auf den gesamten Kader zurückgreifen. Sprich, auch Dominik Drexler ist wieder zurück. Für mich gibt es ein sehr, sehr spannendes Thema. Wer spielt im Mittelfeld? Da haben wir jetzt mit Danny Latza, Dominik Drexler und eben Rodrigo Salazar drei Spieler für zwei Positionen. Ich glaube nicht, dass einer von den dreien woanders spielen wird, wodurch wer anders raus muss. Ich glaube, einer von diesen drei Spielern wird auf der Bank sitzen. Das ist sicherlich mir die spannendste Frage. Ebensobei spielt rechts Aydin oder Ramftl. Und beim Rest bin ich mir eigentlich zu 100% sicher. Deswegen gehen wir die ganze erste Elf mal von vorne bis hinten durch. Wir sehen im Tor natürlich wieder Martin Freisel. Unsere Nummer 1 ist aktuell klar gesetzt. Daran wird sich nichts ändern, ebenso wenig wie an der Dreierkette. Ciao, Itakura und Kaminski. Natürlich kommen wir Schalke aus zwei Pleiten in Folge. Aber auch da wird sicherlich nichts geändert. Ebenso davor Viktor Palzon auf der 6. Natürlich wäre es auch vorstellbar, Latza als Sechser zu spielen, spielen zu lassen. Und davor daneben Drexler und Salazar. Für mich aber etwas zu offensiv. Und warum sollte man da etwas ändern? Viktor Palzon wird auf der 6 beginnen. Ebenso Thomas Ovian im linken Mittelfeld auf linken Verteidigerposition. Also ich denke mal, die 6 Positionen sind ja dann schon relativ klar. Und auf rechts ist halt die Frage Aydin oder Ramftl. Ich glaube nicht, dass man da jetzt überrascht wird mit Becker oder Cholinov. Aydin oder Ramftl wird sein. Ich denke mal, Memo Aydin wird starten. Ramftl hat mir teilweise ganz gut gefallen, teilweise aber auch nicht. Und deswegen gehe ich davon aus, dass Aydin wieder beginnen wird. Und eben dann die Frage, Latza, Drexler, Salazar. Wer spielt, wer nicht? Denn die Latza, bin ich mir sicher, wird beginnen als Kapitän. Der braucht auch Spielpraxis, um sich jetzt wieder komplett fit zu spielen. Und daneben ist für mich ein Platz frei. Drexler oder Salazar? Wer wird spielen? Ihr könnt dann mal gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben. Die Position ist für mich komplett offen. Ich gehe aber von Dominik Drexler aus. Rodrigo Salazar hat mir kämpferisch die letzten Spiele mit am besten gefallen. War immer auch mit der auffälligste, was Offensiv-Faktion angeht. Aber er ist einfach noch, wie soll man das sagen, offensiv jemand, der viele gute Ansätze hat. Aber die noch nicht so richtig in Torchancen, in Torvorlagen, in Tore ummünzen kann. Und deswegen glaube ich, ist dort Dominik Drexler die bessere Wahl. Der auch als Top-Vorlagengeber für Simon Terodde gilt. Deswegen gehe ich davon aus, dass Drexler neben Latzer spielen wird. Doppelspitz mit Bülton Terodde ist ja eigentlich eh klar. Sprich, für mich sind eigentlich wieder neun Positionen komplett klar. Dann eben die Frage Aydin oder Ramftel sowie Drexler oder Salazar. Eure Meinung dazu? Könnt ihr mal gerne in die Kommentare schreiben. Seht ihr das vielleicht auch komplett anders? Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao und Glück auf an alle Schalker!